Moin Leute und Willkommen zurück zu Vacation of the Tomb Raider. Da hakt sich ihren Rücken aus und wir wollen hier hoch. Immer weiter rein hier in die Scheiße. Ich habe übrigens brennt das hier gleich eine kleine Werbung zu verkünden. Ja, mit meiner Ansprache funktioniert Werbung gleich null. Es ist zwar schon ein bisschen länger so, aber ich habe mal einen Shop erstellt, wo ihr Gamebricks Merchandails kaufen könnt. Das beschränkt sich aktuell nur auf das Logo. Aber wenn mir noch andere lustige Sachen einfallen, kommen natürlich auch noch andere Sachen. Und es gibt sogar einen Gutschein. Sag mal! Für die ersten zwei Wochen oder so. Was ist denn das? Was ist das? Jetzt. Irgendwie habe ich mir gerade eingebildet, dass ich so ein Rrrr gehört habe von so einem Eingeborenen. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr da auch Bock drauf habt und das auch so im Hinterkopf behaltet. Bitte, mach dieses Gitter jetzt da hinten auf. Ich weiß dann aber trotzdem immer noch nicht, wie man da hochkommt. Oh! Das hat sich gerade erledigt. Jetzt bin ich da, wo ich immerhin wollte. Nein! Nein! Da wollte ich doch an ihren. Ein bisschen besser zielen hier. Hä? Kann doch nicht so schwer sein hier. Oh, die lenkt auch immer das rüber. Warte. Oh, Lara muss wieder seitwärts springen. Er hat Angst, sie möchte nicht. Nein! Der Weg war schon mal gut. Och! Och! Wie, das ist kein Secret. Was soll der Scheiß denn? So, jetzt will ich aber mal hier gucken. Das sieht ja auch schon so verdächtig aus. Oder was ist das da? Wahrscheinlich gar nichts. Ich möchte nur wieder irgendwas sehen, was gar nicht da ist. Ist denn da irgendwas obendrauf? Interessantes. Kann ich nicht sehen. Ah! Ach! Ach, da ist schon nix. Ne. Lassen wir das. Das ist nur Vergoldung. Äh. Wie komme ich da jetzt eigentlich gleich wieder hoch? Weil ich muss ja erstmal hier dran drehen. Scheiße. Ich muss doch erstmal hier oben bleiben. Ich möchte doch noch das da einsammeln. Und ich muss ja auch eigentlich nicht mehr da hoch. Wenn ich das blaue Ding da abgeschossen habe. Oh, falsche Waffe! Und ich muss auch nur sein. OOF O Und nun? Was habe ich da jetzt von? Müsst ihr ja nicht sagen, unter Wasser. Aber ich habe doch noch zwei Flützellöcher gesehen. Schnitzellöcher. War das jetzt hier? Hier war was? Huch, was hat sie denn da eben gemacht? Citadel Tomb Key. Schon da, glaube ich. Zu schnell weggedrückt. Oh ja, da möchten wir gerne hin. Das ist jetzt wo... Das Grab habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ist das jetzt wirklich eine Kiste? Ich muss jetzt ja hier alles in Frage stellen. Ist das gleiche wie... Ah, ich weiß, woher ich die kenne. Von Tales of the Lost Brother. Brother. So, und das erinnert mich jetzt wieder an die Citadel im vierten Teil. Und das mochte ich nicht. Was ist das denn hier? Äh. Oh, so ein... Äh. Irgend so ein scheiß Puzzle ist das hier. So, und hier sind Leiter. Was kann ich da machen? Oh. Nein! Du solltest doch nur an der Kante bleiben. Ich wollte so dicht wie möglich an die Kante ran, damit ich jetzt gleich einen bananigen Sprung nach hinten vollführen kann. Oh. Nee, macht sie nicht. Oh. Oh mein Gott. Warte mal, ich bin so doof. Ich kann doch so machen. Hä? Oh man, Lara. Ist das die Kamera schon wieder so komisch? Oh. Was ist das? Nö. Möchte sie nicht. Ich backele lieber durch die Gegend. Okay, dann ziehen wir mal in diesen doofen Hebeln da. Was machen die jetzt? Was mache ich denn damit? Ich mag das nicht, wenn ich mal kein Feedback bekomme. Keine Ahnung. Da oben darf ich ja auch nicht hin, weil Lara da nicht hinspringen will. Möchte ich gerne wieder nach Hause. Gibt es denn hier noch einen anderen Weg? Verändert sich denn hier überhaupt nichts? Ich hab jetzt irgendwie gedacht, die Gräber, die tanzen dann hier rum oder so. Oh. Ich kann aber vielleicht auch einfach auf die Kiste hier rum. Ja. Kein Kommentar. Oh. So. Nicht so schnell. Oh. Das ahne ich doch nicht, dass Lara hier Anlauf brauche. Oh. Was soll das hier? Ich verstehe das. Warum brennt da nur eins? Okay, ich kann noch mal ziehen, wenn wir es beeinflussen. Ja. Jetzt brauche ich Feuerholz. Schätze ich mal. Oder soll ich meine... mit Brecheisen anzünden oder was? Hey! Du Arsch, du! Hä? Wie soll ich denn... nicht hier irgendwo was? Ist hier noch eine Etage höher, wo irgendwas fliegen kann? Wieso tut das jetzt weh? Oh Gott, das hat mich schnell gekriegt. Ja, und zwar in der Geräusche gefällt mir nicht. Oder... diese komischen Hebel da. Ich brauche dafür eine... eine Combination. Und dann geht eine von diesen Türen hier auf. Oh. Und dahinter sind dann... ein paar Hülzchen. Und das da ja... ist ja keine... Ist das eine Vase, die man kaputt... Nein. Es gibt so bestimmte Vasen, da weiß man... geht, geht nicht kaputt. Was ist das hier eigentlich? Kann man dahinter? Nein. Oh Gott. Was weiß ich, was man jetzt mit den Hebeln da macht. Angenommen, die Hölzer würden jetzt hier unten liegen. Kann Lara überhaupt... dann hier hoch. Genau, dass wir runterfallen? Oder liegen hier Hülzchen? irgendwie ist mir das gerade zu hoch. Die Sonne landet gerade. Ich kann gar nichts sehen. Okay, gucken wir hier weiter. In diesen Hülzchen ist nichts drin. Auch wenn ich das von hier sehen kann, gehe ich jetzt trotzdem in jede rein. Ist da denn irgendwas? Selbst wenn da jetzt was wäre, könnte ich hier gar nicht mehr zurück. Weil das hier zu weit weg ist. Hier werde ich angelockt mit Fackeln. So, es ist alles ganz einfach. Auf diesen Särgen stehen Kombinationen drauf. Die man hier nicht sehen kann. Toll. Wieso ist das gerade so laut? Da sind so komische Symbole drauf. Und diese Symbole findet man. Nirgends? Aha. Ich habe das doch gerade in dem Video gesehen. Da. Über den Schaltern sind Zahlen von 1 bis 4. Und da oben wird es erläutert. Und diese Symbole findet man auch auf den Särgen. Das heißt, wir ziehen jetzt mal den. Und den. Oh. Ich habe bei Emi gerade gedacht, dass ich mir das merken konnte. Peinlich. Okay, versuchen wir es nochmal von vorne. Nochmal. Also. Hier sind was für Symbole. Och man, Lara, du kleine Kuh. So eine komische Stimmgabel und eine Leiter. Stimmgabel und Leiter. Also 1 und 3. Ich habe 2 und 4 gemacht eben gerade, ne? Tadaa. So. Und das andere möchte ich den anderen Sarg auch aufmachen. So, erstmal gucken, was da draufsteht. Mond und Leiter. Mond und Leiter. 1 und 2. Hm. Richtig gut funktioniert. Oder hat mich verkuckt. War das gar nicht das Symbol? Mond und Stimmgabel? Ne, hä? Warte mal. 4 auch noch. Da war die 4 ja eigentlich von richtig. Okay. Bleiben auch beide offen. Ich dachte, ich darf mal eins zur Zeit oder so. Ich muss in jeder Folge echt einmal luschern. Das ist scheiße. Was würde ich machen, wenn es diese Lösung gar nicht geben würde? Aber ich glaube, wenn es keine Lösung geben würde, dann würde ich in einer Zeit leben, der es noch nicht mal Kasten, der wird es geben. was? Was? Was willst du von mir? Jetzt gehöre ich die nächste hier rein? Ah. Oh Gott. Was ist jetzt hier gerade aufgegangen? Da ist was aufgegangen? Hier, von da habe ich gekommen. Jetzt ist hier was drauf. Jede Sekunde speichern. Gacheln. Oh. Kann man hier eigentlich durchgehen? Oh. Laras letzte Worte. Kann man hier eigentlich durchgehen? Ist das hier Gottes Kotze? Ich frage mich immer noch, warum ich vorhin dieses gehört habe. Falls es überhaupt echt war. Vielleicht habe ich das auch irgendwo im Hintergrund nur eingebildet. Ich habe mir gerade in der Luft überlegt, dass ich da nicht lang wohle. Deswegen bin ich so komisch gehüpft. Hui. Warum sind da immer solche kleinen... Hä? Achso, so ein Unterwasser im Hebel. Was auch immer. So ein Unterwasser. Ah. 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 Alter, ich bin gerade... Ich habe mal ein bisschen in der Höhe geguckt, hätte ich das auch gesehen. Oh Gott, ey. Ich habe gerade meine Hände so hochgerissen und so geschüttelt. So, äh. Soll ich jetzt den kaputt schießen vorher? oder? Oh, jetzt habe ich durch das Laser Side geguckt. Wie ich noch das Ding angucke. Ich habe so, oh. Warum da eine Kugel? Oh, die Kugel aufgespießt. Wie brutal. Darf ich da jetzt lang? Oh. Da sind Hölzchen. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Ah, und deswegen? Nein. Ne, Feuer habe ich ja oben. Ich habe irgendwie gerade kurz mir eingebildet, dass da Feuer wäre, aber... Feuer wäre! So, wie komme ich jetzt hier hoch? Oh, der ist da irgendwie ein toller Gang, der mir hilft. Hilf mir, Gang. Achso, das ist die andere Seite. Da ist ein armer Wicht unten hängen geblieben. Hat nie wieder rausgefunden. Ich darf jetzt hier nicht so lang hüpfen. Ich habe ja gesehen, was passiert. Ich werde den Stock jetzt erstmal hier hinlegen. Liegen, nicht schmeißen. Ich weiß immer noch nicht die Taste. Wahrscheinlich muss ich eine Waffe ziehen oder so. Wo sind wir denn hier? Ist das so in so einer Battle Arena oder was? Oh Gott, das sieht richtig scheiße aus. Ach! Ach! Was ist das? Was ist das mit Deutsch? Was ist das, würde ich sagen. Was kann ich jetzt hier Tolles machen? Was setze ich jetzt hier eigentlich fest? Oh ja, ich gehe gerne auf dieses Sternensymbol behaftete. Ach so, da passiert gar nichts. Und da bin ich hingekommen, ne? Oh nein, ich hätte doch so ein Holz mitnehmen können. Kann ich da auch was anzünden? Schade, dass ich nicht zwei mitnehmen kann. Hätte ich nochmal einen für alle Fälle. Oh. Ah, okay. Okay, also das Ding kann brennen. Sieht nur etwas ungewöhnlich aus. Ah. Ja. Super. Das muss ja einen Haken haben. Ich möchte einen Haken voller Haken haben. Ich nehme Lust auf... Nee, weißt du. Das sieht jetzt schon scheiße aus. Hä? Wollt euch da unten hin mit dem Licht? Das sah cooler aus als das hier. Oh, das ist schon wieder so ein... Wenn diese Lupen da übereinander fahren, dann... Dann passiert irgendwas Schlimmes. Hier die Welt unter. Huch. Ah, es war etwa besoffen hier, ne? Was ist das hier? Sieht so komisch aus. Alles hier abgeriegelt. Was ist das? Was ist das? Oh. Ich habe auf das gewartet, was jetzt kommt. Okay. Was habe ich jetzt davon? Hä? Ich bin doch jetzt wieder genau da wie vorher. Das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal. Da ist eine Eins? Ich möchte, dass ich zurückgehe in den Raum mit den Schaltern hebel. Wo war der nochmal? Ich weiß egal, worum ich gehe. Aua, es tut so den Ohren weh. Da war eben eine Eins drauf. Ist der jetzt... Ja, der ist gezogen. Kein Feedback. Fehlte, Gott, der Ton. Ah, das war viel zu knapp. Ach, das ist ein eigener Hebel. Oh. Ich habe gedacht, er hat mit dem da hinten zu tun. Scheiße. So, was soll ich jetzt hier machen? Ah, warte mal. Hä, sieht voll hoch aus. Hochhaus. Oh, ich habe Angst, ey. Wie ich das schon wieder sehe hier mit so Timerscheiß und Stacheln und... Oh, ich kann mir... Ich weiß jetzt schon, was passiert. Wieso brennt das da einfach so? Ich habe so eine Vermutung, dass ich diesen Hebel ziehe... Und dann macht das da... Tick, 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 tick. Und dann kommen die Stacheln wieder. Und ich muss in der Zeit da rumspringen. Keine Ahnung, warum sie das jetzt gemacht hat. Egal. Oh. Machen wir doch mal da hin. Vielleicht sind da ja noch tolle Sachen. Die ist da eben so durchs Blut geflogen. Ui. Oder ich gehe einfach wieder hier rüber. Aua. Was hat das denn für ein Geräusch hin? Da, guck, da liegt nämlich noch was. So. Jetzt gehen wir da noch mal hin. Da werden heimlich beobachtet. Da. Passt nicht, aber ich gehe. Ich habe echt irgendwie gedacht, das hat hier was mit diesen Plattformen zu tun. Auch wenn ich irgendwie nicht weiß, was die mir bringen sollen. Weil ich habe doch hier schon alles. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Äh... 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 Da liegen Revolver-Munition... Munitione. Ich muss immer einmal erst daneben schießen. Und wo? Muss ich jetzt hier wieder zurück? Nee, doch. Okay, ich könnte... Ich möchte aber noch die Munition da unten haben. Aber ich habe trotzdem irgendwie Angst. Weil ich weiß, dass sie eben stachelnd waren. Ach, da kann sie dran. Ach so. Das sah eben so weit aus. Ja, meine lieben jungen Freunde und auch alten Freunde. Dann werde ich jetzt hier ausmachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.